Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 1 und ich habe es hinbekommen, souverän, nicht irgendwie mit einem speziellen Sturmgewehr, keine Ahnung, ich wüsste nicht was da, gibt es glaube ich nicht, aber, ne, wir haben es geschafft und, äh, brauchen Sie noch etwas, ich komme mal in ein anderes, dann spielen Sie anderswo, ich bin beschäftigt, ja, und wir haben es geschafft, machen Sie sie fertig, Shepard, ja, wir haben es geschafft, souverän, diese Mission wird, äh, ja, war der Hammer. Ey, uh, neue Mission, ich, ähm, okay, da zeige ich euch mal direkt, äh, quasi wie, wie das, äh, äh, geht. Die haben übrigens auch von diesem Commander eine neue Waffe bekommen, also, brauchen Sie noch etwas? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Einverstanden, Ihre Leistung wurde gerade bewertet, Sie haben nun Zugang zu den letzten Missionen. Welcher Kampfmodus, auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Hm, da ich echt kein Ding, äh, Lust auf die habe, nutzen Sie einfach diese Überwaffe und, ja. Tragen Sie mich für eine Jagd mit. Einverstanden, für den Modus Jagd kann ich die Level unterirdisch Vulkangebiet oder Tropen anbieten. Ah, nehmen wir Tropen. Ich nehme das Tropenlevel. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt, Sie können jederzeit anfangen. Das ist einfach der Hammer, diese, äh, Mission, der Wahnsinn. Da hat es doch wirklich Spaß. Also. Das ist halt richtig toll. Ist das nicht schon ein Gewerber, was so viel Schaden hat? Nein, das ist das nicht. Ah, ist ja der Hammer. Dann könntest du es ja, äh. Sorry, Shepard, aber es gibt keinen Preis für die meisten Schüsse. Nee, will nicht. So geht das. Ja, ist doch Kacke, ist das doch. So. Jetzt habe ich hier schon geschiebelt und jetzt macht der mein Cheat nämlich nicht. Äh. So, was haben wir denn da noch einen? Guter Schuss. Und da, und da oben ist noch einer, den ich nicht sehe. Weil er in der Deckung ist. So, und da ist wieder einer. Da kommt einer. Hey. Und da ist einer. Weiter laufen. Direkt da, hier, nächster Gegner. Und da. Bup, bup. Nach oben. Und der Hive-Train. Und da. Wieso kommen da keine Gegner? Hier, der Nächste. Eigentlich ist der Gottmodus drin. 50. Äh. So, das haben wir ausgerüstet. Damit dürfte es nämlich ein bisschen schilder gehen. Ich möchte den letzten Test erneut versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Ah, okay. Stehen Sie da nicht so rum? Töten Sie etwas? Was ist das die? Ja, Shepard, die 1 quasi nur. Die ist auch ganz lustig. So, geht das. Weil die halt so gar nicht OP ist, dass die One Hits macht. Aber jetzt fühle ich mich mal so wie bestimmte Gegner in Skyrim. Ach, das hat bestimmt wehgetan. Äh. Dem Entwicklerteam von, äh, Bioware selbst. So fühle ich mich jetzt gerade. Einfach so richtig. Hahaha. Die haben gar keine Chance. So, weiter. Wow, guter Schuss. Ja, finde ich auch. Der war richtig von Skill voll. Skill wie ist, wenn man Cheats mit, äh, Front einsetzt. Ne? So, irgendwas gegen das Übühen muss ich auch noch tun. Warum treffe ich nicht? Ja, okay. Äh. Der Typ kann auch nie sprinten, glaube ich. Jetzt ist er einfach nicht in der Lage. So, irgendwo ist da hinter mir noch was. Da ist noch einer. Das werden Sie morgen spüren. Ja, ja. Es kann mir egal sein, ob ich das schon mal spüre. Das werden Sie morgen spüren. Und schweig. Ganz im Ernst. Das ist so eine nervige Drecksvision. Mit so einem nervigen Dreckstypen. Der einfach so unnötig ist. Das ist, nee. Wegen sowas würde ich Spiele schlecht bewerten. Weil sowas kannst du einfach, das kannst du nicht einfügen, ohne das witzig zu, äh, hier so als Joke zu meinen. Und weiter. So, vier muss ich noch töten, das dürfte kein Problem darstellen. Zwei. Zwei. Einen gleich nur noch. Ja, einen. Wenn ich einen töte, dann habe ich den auch. Autsch, pass es hier auf. Sorry, Shepard, aber es gibt keinen Preis für die meisten Schüsse. Schön für die. Guter Schuss. Bin ich jetzt dadurch gescheitert? Oder bin ich Erster geworden? Gut gemacht, Shepard. Jeder intelligente Gegner, den Sie treffen, wird wissen, dass es dumm wäre, sich mit Ihnen anzulegen. Es ist dumm, diese Missionen zu erstellen. Jedes Entwickler, jeder Entwickler dürfte wissen, dass es dumm wäre, bei Biomare solche Missionen zu entwickeln. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Überleben. Ich wähle den Modus Überleben. Wählen Sie ein Level. Ich kann Vulkangebiet, Tropen oder Unterirdisch laden. Geben Sie mir das Level unterirdisch. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Okay. Ich, die Begeisterung geht Level 1000. Es muss nicht schön sein. Bleiben Sie einfach am Leben. Das ist der Hammer. Der absolute Hammer. Das Schöne ist, hier weiß ich es, das Ziel quasi zu sterben. Nur als spät. Gute Arbeit, Shepard. Damit hat er nicht gerechnet. Ja, wow. IGN 10 von 10, unglaubliche Abwechslung. Also hier, hier, abwechslungsreiche Dialoge. IGN 10 von 10 für Dialoge. Also ich habe übrigens, also, das Internet ist für uns alle übrigens Neuland. Falls ihr das nicht wusstet. Denn, wir alle müssen uns mit dieser neuen Bedrohung auseinandersetzen. Gute Arbeit, Shepard. Das ist, äh, schlimm. Machen Sie auf Ihre Truppmitglieder auf. Oh, mein Radar war blockiert übrigens. Das ist sehr da. Ein guter Anführer lässt sein Team nie im Stich. Jaja, schön im Stich. Das werden Sie morgen spüren. Habe ich überlebt? Bin ich erst dabei, 1,35? Soll ich das nächste Mal mehr auf meine Teammitglieder aufpassen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin elf da. Ich muss zwei Minuten 20 überleben. Gut zu wissen. Okay. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte den letzten Tester neu versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Eine Ahnung. Koffein. Es ist wie in der Realität. Sie müssen nur überleben. Ja, in der Realität ist es auch immer so gut. Awesome. Weiß ja jeder. Ja. Wow. Aber ich bin ja nicht tot. Doch, bin ja nicht tot. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte den letzten Test erneut versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Es muss nicht schön sein. Bleiben Sie einfach am Leben. Ja. Ich habe hier übrigens Pekse neben. Die spielen vom K-Klassik. Wollte ich mal schon gesagt haben. Und... Das Wetter ist schön. Übrigens, äh... Wenn man bei Google... Nach... Ebay sucht... Kommt jetzt als einer der Vorschläge die Internetseite von Ebay. Das ist, äh... Wollte ich mal so gesagt haben, falls das noch nicht jeder wusste. Ähm... Warum kann ich mich nicht bewegen? Das ist ja mal wieder ein Hammer-Spiel. Hat auf jeden Fall wehgetan. Ich schmerze... Ich bin fast tot. Oh Gott... Hilfe... Hilf mir bitte... Aua... 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 Wo sind die Gegner? Aua... 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 Das ist ja, wenn man so Kekse und Würbeteig ist, ne? Aber... Aber... Also... Eckiger Teig halt. Also weicher Teig. Neh, wenn ich grad irgendwie noch... Äh... Zahn. Äh... Ich glaub ich geh mir immer nach der Folge die Zähne putzen. Habe ich die Zeit geschafft? Ich bin mir da nicht sicher. Ich warte mal lieber... Nur Schmerzen. Kein Gewinn. Ich glaub der Teig wird. Ich glaube ich hab's geschafft. 2,40. Das dürfte die Top-Zeit sein. Wup wup. Arbeiten Sie weiter, Sukumet. Mhm. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Ich glaube auf Zeit muss sie jetzt machen, ne? Versuchen wir eine der Missionen auf Zeit. Welchen Kurs wollen Sie? Mich kann das Lagerhaus, Vulkangebiet oder Tropen laden. Hm, Vulkan. Laden Sie das Vulkan. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Mhm. Ja los, hier geht es um die Zeit. Mhm. Hm. Ich dachte um die Wurst. Ich dachte um die Wurst. Nein. Ja, dann geh ich halt jetzt hier rein. Jo. Hm. Wenn es übrigens bei seit um die Zeit geht, schreibt man es auch mit T. T, T, T. Seit. Dem. Seit 2011. Seid ihr denn bescheuert? Was ist Ihr Viotop-Mitglied auf? Mhm. Passt dich. Machen wir richtig Sorgen. So geht das. Okay. Ich bin begeistert. Mal auf der Eins. Also Commander, wir können der Liste, die Sie ruiniert haben, nun wohl auch einen gebrochenen Rekord hinzufügen. Mhm. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich brauche eine Schlaftablette. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Begeisterungslevel runterzukommen. Gute Wahl. Ich kann die Level Vulkangebiet, Tropen oder Unterirdisch anbieten. Laden Sie das Level Unterirdisch für mich. Gut. Die Projektoren werden aufgewandt. Sie können jederzeit anfangen. auf die Vorfreude, auf diese Mission kommen. Es ist sehr einfach Shepard. Erreichen Sie den Punkt, erobern Sie ihn und wiederholen Sie das. Ist sehr schön. Verdammt Shepard, das Medikiris dicht gratis. Ja, ist gut. Bis dann also. Wir haben den ersten Schlittpunkt geschafft übrigens. Weil ihr das noch nicht gesehen habt. So duchte ich mich. Echt? Ich dachte, das wird verschenkt. Ich hoffe, wir müssen Erfolg. Wow, guter Schuss. Verdammt Shepard, das Medikiris dicht gratis. Oh. Hau doch mal einen Spruch raus. Irgendwie so einen neuen. Das WDG ist nicht gratis. Oder das hat verdammt weh getan. Oder das werden Sie morgen spüren raus. Da würde ich mich richtig freuen, wenn du mal so einen neuen Spruch machst. Wow, guter Schuss. Ich weiß. Du hast halt richtiger Skill damit zu töten. sogenannte raus zu treten. Wie möglich. Wubb, wub, ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Also, das war es. Sie haben alles gewonnen. Das überrascht nun wirklich niemanden mehr. Ah. Beeindruckende Arbeit, Shepard. Was jetzt? Gibt es noch etwas für mich zu tun? Es gibt ein Spezial-Szenario, das ich nicht vielen Agenten anbieten kann. Ich möchte, dass Sie es versuchen. Das haben Sie gut gemacht, aber ich habe Schlimmeres erlebt und das war keine Simulation. Aber ich könnte eine draus machen, falls Sie Interesse haben. Ein neues Szenario. Haben Sie noch etwas, das ich ausprobieren kann? Ich habe eine meiner Missionen nachgestellt. Während des Kontaktkriegs entkamen wir einem Hinterhalt durianischer Sturmtruppen. Nur ich und ein kleiner Trupp. Ich habe es noch nicht zu Ende programmiert, aber es ist fast fertig. Sie können es ausprobieren, wenn Sie wollen. Bis jetzt hat es noch keiner getestet. Das wäre der erste Versuch? An sich ja, obwohl ich es schon durchgemacht habe. In der Realität. Die Regeln sind einfach. Überleben Sie, bis Sie abgeholt werden. Wenn Sie können. Sie sind gnadenlos in der Unterzahl. Es gibt keine erwähnenswerte Deckung. Es ist die schlechtmöglichste Ausgangsposition. Natürlich ist es nur eine Simulation. Machen Sie es schwerer. Dann erhöhen Sie die Schwierigkeit. Einfach mag ich nicht. Sie sind mutig, Shepard. Aber es bleibt eine Simulation. Selbst unsere besten VIs sind nicht so gut wie in der Realität. Dann schalten Sie die Sicherungen ab. Keine Sicherungen? Die höchste Schwierigkeitsstufe? Das schaffen Sie nie. Und dann muss ich erklären, wie ein Spectre auf meiner Station sterben konnte. Lassen Sie uns helfen. Was wollen Sie setzen? Eine Wette. Ja. Okay. Ich habe einen hübschen kleinen Altersruhersitz auf Intisei. Ich bin nie dort und ich will mich auch sobald nicht zur Ruhe setzen. Ihr gehört Ihnen, wenn Sie es schaffen. Und was ist Ihr Einsatz? Mein Leben. Einverstanden. Ich soll also wirklich die Sicherungen deaktivieren? Wenn Sie sterben, wird es als Benutzerfehler gewertet. Ich will deshalb nicht meinen Job verlieren. Okay. Bereiten Sie es vor. Sprechen Sie mit Oakrell. Ich sorge dafür, dass er die neuen Einstellungen erhält. Ich würde Ihnen viel Glück wünschen, aber Sie werden weit mehr als das brauchen. Puh. Ja, das freut mich. Ja, ist ja der Hammer. Äh, Squats. Erstmal hier Punkte machen. Ähm. Erste Hilfe. Und dann machen wir Elektronik. Was ist denn, nee, warte mal. Ich mache hier erstmal Schmeicheln. Äh, wenn der Press schaltet, 5% Discount. Okay. So, Schmeicheln ist auch voll. Spectra-Training könnte man natürlich machen. Okay, wir machen das hier. Lässt tote Squad-Mitglieder mit so und so viel. Okay. Ähm. Mhm. Ich bin da überlegen, was man denn jetzt machen könnte. Die Schiffrierung ist natürlich was. Aber wenn wir Elektronik machen, ist das natürlich auch mega. Wir haben vier Punkte. Eins, zwei, drei, vier. Komm, machen wir das. Da haben wir direkt 20% und was haben wir da? 30 und 100% Kraft. Ui. Äh, ja. Squat, ich will gerne die anderen sehen. Das ging, glaube ich, anders hier irgendwie, ne? Ja, keine Ahnung. Huch! Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Ich nehme Ahern's Mission. Ich habe gehört, dass Ahern eine Spezialmission erstellt hat. Fürs Protokoll, ich bin dagegen, die Sicherungen zu deaktivieren. Ich werde das schon überstehen. Und was ist mit meinem Simulator? Ich werde ihn wochenlang reparieren müssen. Starten Sie ihn. Das wird ein Spaß. Ich sage das nicht sehr oft, aber viel Glück. Boah, wo ist das dann nun mal, ne? Äh, so, jetzt nehme ich aber mal hier Tali, auf jeden Fall wegen Technik. Und da nehmen wir auch wieder Gervis mit. Tuern haben eine wichtige Datenbank der Kalinisten in ihrem Gesitzgebar. Schalten Sie die Verteidiger aus und sichern Sie die Datenbank. Werden Sie danach auf die Evakuierung. Schnellspeichern ist fehlgeschlagen. Das ist ja der Hammer. Ich bin echt mal froh, wenn diese Dinger hier ausgehen, aus sind. Wir haben keine Zeitbegrenzung. Das ist eigentlich schon mal gut. Wahrscheinlich müssen wir uns auf niemanden stellen. Kann ich die Ausrüstung dann theoretisch wieder wechseln? Ja, dann haben wir es ein bisschen vernünftiger. Das ist ja die neue, ist das die neue Pistole? Die wir bekommen haben, die Stinger 5. 158 Schaden. Ich glaube, das ist tatsächlich die neue Pistole. Ich hoffe, es gibt, äh... So. Könntest du mal sterben? Danke. So, die Verteidigung kann man jetzt verdunnen. Sorry, Shepard, aber es gibt keinen Preis für die meisten Schüsse. Ah, schade. Trotz, dass das diese... ...nicht komplett beschissene Situation ist. Äh, ja. Sieht trotzdem aus. Äh, nicht out und aus. Die Ladbank. Oh, einfach USB-Stick rein. Mit 3.0 geht das schon. Achtung, Shepard. Jetzt fängt der Spaß erst an. Ja. Okay. Evakuierung in 5 Minuten. Das hat bestimmt wehgetan. Oh, der Bass. It's all about the bass, all about the bass. All about the bass, all about the bass. Oh, oh, oh. Naja, keine Nennenswerte, der Kugel, kann man auch nicht sagen. Nein, hab ich nicht. Oh, 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 oh. Der hat sich aber auf keinen Deckel geübt, okay. Ein guter Anführer ist an dem Nebenstich. Ja, das ist ja der Hammer. Jetzt bin ich alleine. Oh Gott, das ist erst mal der Hälfte. Boah, dieser Bass hier die ganze Zeit, ne? Oh Gott. Ja, ja. Alter, nein, 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Zwillen. Wieso kann ich nicht schießen? Wieso wechselt der die Waffe denn nicht? Gute Arbeit, Shepard. Wow, guter Schuss. Ei, 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 ei. Na, wir sind ja nicht gerechnet. Nee. Komm, mach das doch mal wieder. Ich bin fast tot. Ich weiß nicht, wie die erste Hilfe geht.